Der zweite Zeitvorrat steht bereit. Der zweite Zeitvorrat ist der Europameisterschaft von 2.0.12. Der zweite Zeitvorrat ist der Europameisterschaft von 2.0.12. Mit der Staffel der Europameisterschaft von 2.0.12. Der zweite Zeitvorrat ist der Europameisterschaft von 2.0.12. Der Europameisterschaft von 2.0.12. Der Europameisterschaft von 2.0.12. Der Europameisterschaft von 2.0.12. Der Europame程 des Europameisterschaft von 2.0.12. Vielen Dank. Vielen Dank.